WDR mediagroup GmbH Einzelnen, Einzelnen Fucken was Wie fandest du die ersten 2000 Kilometer der Kameradass Tour? Ja, bisher war es echt wunderschön Wir haben sehr viel Spaß zusammen gehabt Es war ein überwältigendes Gefühl 2000 Kilometer zu überfahren Aber ich finde es schade, dass wir überhaupt noch keine Berge hatten Ja, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht Weil es doch wesentlich einfacher war als gedacht Und um mit Carstens Worten zu sagen Wer behauptet, wir werden schon bergauf gefahren Der lügt Also das ganze Leben ist doch eh ein großes bergauf und bergab fahren Und wir sind mittendrin Von daher denke ich, es geht bergauf Oliver! Das sollte wohl mal den Brille haben Die ersten 2000 Kilometer waren sehr sehr gut Und haben sehr viel Spaß gemacht Ich kann mich nur ein bisschen beklagen, dass mein Knie weh tut Das war genau richtig Aber ich bin froh, dass wir die 2000 Kilometer geschafft haben Und das wird ein kleines Heben werden 2.000! 2.000! Oli, du hast doch noch eine Überraschung vorbereitet Das habe ich natürlich nicht! Das ist ein Angst! Damit meinst du Tobi! Tobi, hast du auch noch eine Überraschung vorbereitet? Leider nein Leider nein Vielleicht irgendwas, was mit Ich strau mir nicht Ich strau mir nicht Okay Wolltest du irgendwas besonders mit deinem Satz machen? Ich wollte ihn noch mal einschmieren Das ist alles auf Video Wir, die Kammerriders Werden jetzt ein Wie heißt das Zeug? Getränk auf unsere ersten 2000 Kilometer Wie heißt der Traubensaft nochmal? Traubensaft heißt Maikäfer Flugbenzin Maikäfer Flugbenzin Grüße an ganz Deutschland Ich fülle auch einen Ich fülle auch einen Ich fülle auch einen Juppiii! Ich fülle auch einen Boah, das ist aber echt spiritus, Alter Juhu! Boah, das fliege ich auch wirklich gleich, ey Mal gucken, ob wir gleich noch Fahrrad fahren können Perfekt! Super! Der Oli macht ja was da rein Guck mal da! Los, los, los Nein Nichts verschwenden Boah, das ist wie Öl Wir sind nicht immer so, aber heute Müssen wir echt mal feiern 2000 Jungs 2000! Stolz auf uns, Prost Batsch dich, alter Verwalter Sack und Eier Sack und Eier Boah, das ist ekelhaft Boah, das ist ekelhaft Ja, das ist lecker Grüße an Björn Ja, danke Björn Waldmeister Bumpsbrause Da geht noch was Boah Boah Schmeckt so ein bisschen wie ein starker Kummerling Halt nur rein Sehr gut So, das war unsere 2000 Kilometer Feier hier aus irgendeinem Vorort von Darmstadt Wir grüßen alle Fans und Kollegen und Freunde und Bekannte und Verwandte und ich sag euch, wir sind geil drauf Yo Ciao Also, die Scorpions grüßen aus Darmstadt Bis später